Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Es geht endlich weiter. Ja, ich habe ja ein Video hochgeladen, wo ich mich nochmal bedankt habe. Ich war nämlich für ein paar Tage im Urlaub und ja, ich bin wieder da. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die neuen Abonnenten und so weiter. Ihr wisst wie der Haar so läuft. Vielen, vielen Dank und wie ich ja schon gesagt habe, heute gibt es die No Game No Life Box. Alter, guckt es euch an. Guckt es euch an, Leute. Die sieht doch mega aus. Muss man einfach sagen, guckt euch mal die Seite an, hier mit diesem Glitzer, also mit diesem Holo-Effekt. Richtig geil. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. War auch sehr günstig diesmal, da habe ich zugegriffen. No Game No Life ist ja wirklich ein guter Anime, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, habe 16 freigegeben. Hier haben wir alle drei Volumes drin, alle zwölf schönen Folgen und ein paar Extras wie die OVA und so weiter. Bin ich mal gespannt, was diese, oder eher gesagt OVAs, habe ich wirklich noch nicht gesehen, weil ich habe die immer nur über Netflix und sowas gesehen. Und da habt ihr nur die zwölf Folgen und leider nicht die OVAs, deswegen bin ich da sehr gespannt. Also zu der Box kann man wirklich nur sagen, sehr schön gelungen, gefällt mir. Packen wir das Ganze mal aus. In den nächsten Tagen kommen jetzt auch mehr Videos. Ich habe jetzt auch viel vorproduziert noch direkt und ja, kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. So, natürlich kann man diesen FSK-Flatschen abmachen, das ist natürlich sehr schön. Wäre auch schlimm, wenn er drauf wäre, das wäre echt grässlich. Ah, der klebt ordentlich. Wie seht's. So. Ja. So sieht nochmal das ganze Bild aus. Hier haben wir alle drei Volumes. Guck mal raus. Ist ja leider nicht mit dem Soundtrack, oder? Ich glaube, oder, oder, verdure ich mich da jetzt? Ne, der Soundtrack ist ja leider nicht dabei. Sehr schade eigentlich, weil den Soundtrack mag ich wirklich sehr. Leere Box. Und ja, keine Ahnung, äh, erst ist ab 12, der hat ab 16, naja. So. Äh, so herum. Sorry. Volume 1, von vorne sieht's so aus. Wodurch nicht, ich hab hier Licht eingeschaltet, weil, ähm, draußen regnet's halt und ja, deswegen, da ist die Grafik dann einfach nicht so gut. Und da muss ich halt ein bisschen Licht machen, damit die Grafik ein bisschen besser ist. Ja. Sieht doch ganz schön aus. Packen wir das Ganze auf hier. Hier haben wir natürlich überall auch ein Wendekover, auch wenn's jetzt nicht so nötig ist, da man ja den Schuber hat. Aber bin ich trotzdem zufrieden mit. Und auch die Blu-ray sieht sehr schön aus. Ja, das war die erste. Kommen wir zu zweit, auch sehr schön. Auch wieder mit Wendekover natürlich, haben wir alle drei. Und die Blu-ray, wie beim Cover, auch sehr schön. Und die dritte Volume, die halt ab 12 ist, auch nochmal sehr schön, auch hier mit dem Frontcover. Ja, das war's auch schon. Ging flott. Aber, ich kann auf jeden Fall sagen, guckt euch nur Game No Live an, ist ein sehr cooler Anime. Und, ähm, wenn ihr die Box mal findet, oder so, kauft, ups, kauft sie euch dann. Denn, damit unterstützt ihr natürlich den Anime-Markt. Und bitte guckt euch nicht irgendwie illegale Sachen an. Also halt, ne, mit, ihr kennt die Seiten, bs.to oder so weiter. Ja, damit unterstützt ihr leider nicht den Anime-Markt. Ähm, ja, was soll ich euch dazu groß sagen? Das ist natürlich eure Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Ich empfehle's halt nur. Ne? Gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und dann seh ich euch, äh, seh ich euch, genau, seh ich auch, dass ihr euch dafür interessiert habt für das Video. Dass ihr halt das Video cool fandet und nicht mehr davon machen kann. Und, ja, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.